Der afrikanische Elefant ist das größte Landtier der Erde. Er wiegt bis zu 10 Tonnen, ist bis zu 4 Meter hoch und hat die längste Nase. Elefanten sind sehr intelligent, sie haben eine gute Sozialstruktur und kommunizieren über eine Vielzahl von Geräuschen, Gerüchen oder Körpersprache. Sie können sich mehrere Jahre an Freunde und Familienmitglieder erinnern. Sie leben in Familienverbänden, aber bei der Nahrungssuche teilen sie sich oft in kleinere Gruppen auf. Die Elefantenmutter bringt alle 4 bis 6 Jahre ein Kalb zur Welt. Das Elefantenbaby wird über mehrere Jahre bei der Mutter bleiben.